Ab dem 1. November 2014 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die sanierte Erdgeschosswohnung liegt im Rhein-Sieg-Kreis. Die Immobilie wurde 1970 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Garagenparkplatz. Die Wohnfläche der Erdgeschosswohnung liegt bei ca. 84 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Erdgeschosswohnung beläuft sich auf 620 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017